Hey Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video, wo ich schon mal eben so ein bisschen mein Headset leise, und zwar spielen wir nämlich heute Eurotrunk Simulator 2. Jetzt schauen wir das Ganze ein bisschen. Und hier sind wir schon mal hier. Oh, 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 oh. Und ja, würde ich sagen, wir sind so. Ihr seht schon, da sind einige Leute unter dem System, da können wir uns nicht entschuldigen, aber da können wir uns nicht entschuldigen, dafür, dass es so ein bisschen reingesetzt wird. Das liegt daran, dass ich hier das nachaufnehme und wenn ein paar Leute in der Nähe sind, dann weckt das dann so was da. So, ich habe alles gebraucht. Jetzt verfolgen wir jetzt, ich muss nämlich los. So, gucken wir mal auf die Luft, sind das ein flüssiger. Ich stehe raus und jetzt mal die Luft. Hier sieht man nicht z.B. der Strasse aus. Hier sieht man jetzt erfreulich. Hier vorne, genau, bei der Isma wird es nicht so längig, das verspreche ich euch. So, kurz gucken, ob das auch nicht. Hier geht. Gut. Was geil ist, ich nehme das jetzt hier auf und fährt mir irgend so ein Hund rein, kann ich das einfach an Truckers MP melden. Der wird dann gebannt. Sag mal mal so. Gut. Jetzt habe ich hier Vorfahrt. Das ist gut. Kann ich vielleicht ein bisschen bremsen. Wie wollen die Hafen? Sechs Leute sind da. Kaum hupi ich, leftet der eine schon. Na ja. So. Dann fahren wir mal 62 hier lang. Wir wollen ja die Ware heute noch abliefern. Wisst ihr was? Ich versuche mich heute mal an die Verkehrsregen zu halten. Sprich, ich verachte mich auf der Autobahn und sonstige Scheiße. So. Jetzt mal schon raus aus der Stadt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wurtfall nicht. Geil. Wer kennt's nicht? Ursprünglich hatte ich ja für heute geplant, Dings The Return to Freddy's 4 aufzunehmen, aber ich habe gesehen, dass ich dann auch das aufnehmen kann. Und dann dachte ich mir, hey, wenn du Euro Truck aufnehmen kannst, wieso spielst du mal keinen Euro Truck? Und ja, ich weiß, Return to Freddy's kam 2015 raus und ich spiel jetzt 2019, aber das juckt mich nicht. So. Anfang der Maustrecke bitte. Ticket aufbewahren. Mal weiter. Gut. Auf jeden Fall, ich werde dann heute oder morgen vielleicht noch ein Return to Freddy's 4 wieder aufnehmen. Und das wird dann die Tage online kommen. So. Ja, jetzt weiß ich noch nicht wie. Ich glaube hier. Gut. Wurde sich so ein Erlaubnis. Ich könnte auch eigentlich den hier machen. Dann kann ich mal schön da rauf gucken, dass alles Butter ist. Ah, ich war schon wieder zu schnell. So. 43 um die Kurve. Gucken, was der Aufleger macht. By the way, ich habe auch einen eigenen Discord. Nicht nur für diesen Kanal, sondern auch für meine GmbH bzw. meine Spedition. Und zwar ist diese Linke in GmbH. Ich werde das in Spedition umbenennen. Also L' GmbH. Hier steht auch schon Rack. Pornhub. Ach du Scheiße. Ich werde das in Spedition machen. Und ja, ihr könnt mir da gerne beitreten. Und dann können wir, wie geht es jetzt? Ich bin schon wieder zu. Aufträge fahren. Allerdings braucht ihr das Mighty Griffin DLC. Und wenn ihr ein DAF habt oder sowas, dann solltet ihr möglichst auch eine andere Lackierung nehmen. Ich sag euch dann welche. Das steht dann dort alles in den Informationen auf meinem Discord dafür. Für das Mighty Griffin. Wenn ihr das Mighty Griffin Tuning Pack habt, dann solltet ihr diese Lackierung nehmen. Und am besten noch schön weiß. Weil weiß, das ist halt die Familie der Unschuld. Und ich bin unschuldig. Ja hoffentlich auch. Und deswegen mag ich halt weiß. Und ja, ihr braucht eine weiße Lackierung auf jeden Fall mit diesem Adler drauf. Wenn ihr jetzt gar nicht erfahrt. Und ja. Das Realtuning Pack muss jetzt nicht sein. Das könnt ihr gerne machen. Das habe ich dann überlassen, weil es ist ja euer LKW. Ja. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne beitreten. Übrigens, ich habe auch jetzt einen Patreon Account. Ja, tatsächlich habe ich. Als Kind. Ihr könnt mir auf meinem Patreon Account ein bisschen mit meinem Kanal helfen. Dass hier alles ein bisschen besser läuft. Dass meine Videos flüssiger werden. Dass ich mehr Videos rausbringen kann. Dass ich auch mehr Zeit für gewisse Dinge habe. Nein. Indem ihr einfach auf meinen Patreon Account geht. Beziehungsweise auf meine Patreon Page. Auf meinen Account bin ich behindert. Ich verlinke euch die Page mal unten in der Beschreibung. Es wäre ganz lieb. Würdet ihr mir was spenden. Ich zwinge euch aber nicht. Es ist eure Entscheidung. Aber mir würde es auf jeden Fall sehr, sehr weiterhelfen. Ja. Ja. Das ist echt mega. So, dann fahren wir hier erstmal schön durch die Landschaft. Ach Mensch. ETS. Ein schönes Spiel. Mit schlechter Grafik momentan. ETS. 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 Oh my god, you're lagging so much! Yes, I'm recording a video. Oh, I see. Oh, I'm streaming, so... You can say hello to YouTube, if you want. Hello, YouTube! You can find my video... Hello from Canada. What? Oh, you are in Canada? I'm in Germany. Oh, nice. The YouTube channel FoxyVideos. You can watch that video there. If you want. Bye. Okay. Bye. Ciao. It's always nice when you meet people who are not in the same way. Like this guy. I greet you. Hey. Hi. Oh, cool. He's coming to the next station. He just said I lag. Hmm. I can only confirm that. So. Here's the next door. No, 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 no. He's coming in. He-I... Oh, it'smma. He-I... Going away at the sош command. ...dürfte mal ein Licht eigentlich nicht und das durfte ich auch später nicht, wenn ich LKW-Fahrer bin. Aber naja... ...dann ich hier anstoßen? Was ist das? Ja, passt. Subi. Ja... Komm ich da drum rum? Ja, komm ich. Subi. Der LKW ist grad... Uah! Da hinten ist schon mein Ziel tatsächlich und dann würde ich auch sagen, das war's mit dem Video, sobald ich bei dem... ...Typ angekommen bin, der die Fracht nimmt, der mir die Fracht abnimmt. War ein relativ kurzes Video, aber ich fand's tolles. Ich werd das beim nächsten Mal, wie gesagt, besser hinkriegen, also... ...dass das hier nicht laggt, wenn ich ETS aufnehme. Das liegt jetzt daran. Ich hab... Ich nehm das ja hier auf und hab das noch laufen. Bin im Multiplayer, hier sind einige Leute unterwegs, da lag das erst recht ein bisschen. Und ich hab, glaube ich, grad noch so ein, zwei Programme extra noch offen. Ich weiß nicht wie so, aber ja. So. Bieten wir mal hier rechts ein. Damit wir mal abfahren können. Super. Jetzt fahren wir erstmal schön 80. Und falls mich einer fragen sollte. Speedst du mit Lenkrad? Wenn ich so lenke, sieht das aus, als ob ich mit Lenkrad spiele. Garantiert nicht. Aber ich hol mir eins. Was? 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 Gut. Erster Aufenthalt in dieser anderen Stadt. In Italien. In meinem Schuhwack in den Ecke wieder. Du bist so cool, du bist so cool! Na? Was? Venitaaa! La 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 la... Das mach ich. Oh, ich war... Schon zu schnell. Lex. Was? Ich war das nicht. Ich... Nein, nein, nein. Ich war das bloß nicht. Ich muss nach oben gucken. Vielleicht ist das nicht so neu. Fisch. Ich muss mir doch ein bisschen was vorbringen. Dann 경우 sei es ja nicht. Das kann ich nicht. Ist das richtig? Ach, das ist richtig? Ist das, was ich. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Du bist ja nicht. Ist das richtig? Ich weiß. Das ist richtig. Ist das richtig? Scheiße hier in diesem Spiel, man. Da ist er wieder. Mensch. Oh Gott, wer ist denn? Nicht über Rot, weil ich muss hier rein. Ich weiß, ich habe jetzt nicht nach hinten geguckt, aber nach hinten bin ich geändert. Ich komme doch von hinten. Scheiße, gerne. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob jemand kommt, aber um ehrlich zu sein, habe ich das jetzt auch nicht wirklich gejuckt. So wie. Sorry, ich bin gerade in der Eile. Das geht hier überhaupt nicht. So. Wir haben alle heute versauen. Auftrag erfüllt, ausgezeichnet, gefangene Strecke, 117 Kilometer, dauert 2 Stunden 15 Minuten. Verbrauchter Kraftstoffen, 59,4 Liter. Erledigt der Aufträge World of Trucks, 48 bis hier noch? LOL. Basisvergütung, ja, Kontostand 2543, Erfahrung, ja toll. Und hier, außergewöhnlicher Champion. Hat es ja Channel Lincoln, sag ich ihm gleich. Und, ja, mit diesem Auftrag und mit diesem schönen LKW verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Es hat mir sehr Spaß gemacht zu fahren, abgesehen von diesen Scheiß-Lags. Wie gesagt, ich kriege es beim nächsten Mal besser hin. Joint doch bitte meinem Discord und schaut auf Patreon vorbei. Und, ja, was kann ich ansonsten nur noch dazu sagen, außer... Ich mag süße Füchse, ich mag, ich mag süße Füchse. Los, funktioniert ja, Alter, ich muss es echt schneiden.